Noko muss ich ja jetzt mit langsamer zu den Ruzo kommen. Oh, hier geht es tief runter. Bisschen erleuchten hier. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Scheiße. Das wurde dunkel, Mann. So. Ich gehe jetzt hier rüber. Äh. Oha. 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 Jetzt kommt bestimmt der eine der da vorhin abgehauen ist. Boss. Äh. Oha. Jetzt wird es glaube ich bisschen schwieriger. DO rum. Kappa. Or. Was. Äh. Oha. Oha. Ja, was ist denn der Typ? Boah, ich will auch Mut. Bleib hier. Oh. Wo kommt er, wo kommt er? Ich brauche Mut, sonst könnte ich dir nicht schaden. Oh, so, komm her. Jetzt habe ich dich. Ja, ich würde gerade entscheiden, Schlag machen. Oh, der kühlt sich schon. So. Bam. Okay, da ist einfach zu stark. Da hast du keine Chance, Junge. Ah, bevor ich da reingehe, gucke ich hier oben. Da ist nix. Das gibt es doch nicht. Warum soll ich denn, sollte ich denn hier hoch? Doch, ich wollte gerade sagen, ja. Warum sollte ich hier hoch, wenn die hier noch ist? So, jetzt hier lang. Äh, so ein Ort Fahrstuhl oder so, oder? Sieht stark danach aus. Oh, da gehe ich nun rein. Denn, so wie ich gesehen habe, geht es da hinten auch noch lang. Muss ich da jetzt? Oh, das ist schon auch verwirrend. Kann ich noch mal zurück? Ich habe es gewusst, dass ich da hoch kann. Ich gucke, ob ich nochmal zurückgehe, kann. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Schön, dass wir mit so Ruzo gleich gefunden haben, aber... Ihr wisst das ja, ich will natürlich nichts vergessen. Also ist hier mit Sicherheit noch irgendetwas. Das war's ja wohl, oder? Das war's ja mal wieder. Das war ja noch... Darf ich doch hier reinkommen? Was mache ich denn von Quatsch? Ach ja. Ja, sorry, Benni, Saja, ihr habt recht, ihr habt... Ach, vergesst es einfach. Was war das jetzt von der Move, ey? So, jetzt aber. Das ist ja auch hier irgendwas. Was kann das sein? Blumenschrein ist das. Diese Dinger hier. So, Herr Wuzo. Wo sind Sie denn? So, Herr Wuzo. Da, ganz oben. Wolle, wie lebt er denn, Alter? Hey, Herr Wuzo. Hey, Herr Wuzo. We've been looking for you. Hey, das war doch der. Das war doch der von der Änderung, oder? Ich glaub ja. Das war doch der von der Änderung, oder? Das war doch nicht. Das war doch nicht. Taro, das war doch nicht. Das war doch nicht. Ich habe noch mehr gemacht. 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 Und jetzt kann ich nur sehen, während seine Geist kämpft. Wir können immer noch helfen, Taro, Wuzo. Es gibt ein Relic, von der Korruption in deinem Haus. Aber ich brauche ein Weg, um zu überstehen. Das Waffe, du stehst, ich fühle, dass es ein weiterer Kraft ist. Das ist es, das steckt. Der constante Mathe bei meinem Vater. Es hat in unserer Familie für einige Jahre. Er muss gewesen sein, ein großartiges Geist. Ich könnte sich kein Kraft wörter gegen die Korruption, aber ich kann dir eine neue Weise zu sein, um sie wieder zurückzukommen. um To a trained archer, the bow is simply an extension of the body a Spirit guide staff is no different See me? Ground yourself feel the energy of the mountain Draw on its power Try using your bow on these targets Taurus, angst, beseitige die Verderbnisse im Haus von Ruzu Nice, jetzt kann ich Jetzt kann ich Feile, so Nordseelenfeile schieße mit meinem Stab Das ist ja sehr cool Ach, jetzt muss ich üben, ja? Du hast die Bogenfähigkeit gelernt Drücke und halte L2, um zu zielen, während du L2 drückst R2, um meinen Pfeil abzufeuern Lassen wir mal Ziel übermachen, ja? Wie lange kann ich aimen? Ehm, Immo? Back again? I'll toss up another set of torque So, jetzt muss ich weiter, ja? Ach, damit kann ich glaube ich auch diese... Da waren ja immer mal solche Früchte am Baum, so die blauen Damit kann ich die, glaube ich, hier auch runterschießen Wo ich vorher nicht angekommen bin So ist es noch ein Blumen? Müssen wir aus Blumen schreien? Hat er die gezählt jetzt? Oh, das muss ich ja... Oh, gut, ja, Taros Angst Oh, woher muss ich jetzt lang? Gucken wir erstmal, wie lang ist du dem Haus da? Machen wir erstmal Musst du mal drauf achten in den Bäumen Ob da irgendwas ist? Das ist ja irgendein Haus Achso, ach, ja Ja, ja, ja Mann, weil das so ähnlich aussieht, das verwirrt mich immer hier Ah, jedes Mal das gleiche Also, gehen wir nach links runter, hier Nur einen Warp, den aktivieren wir natürlich Da hinten ist ein Hebel Da hinten ist ein Hebel Okay Oh, das ist der schon wohl Hat sich heiggeblieben, so Okay 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 Ah, ich kann das, wa? So Kann ich das folgende so weg machen? Oh Folgendem Faden, treffe alle sechs Ziele, bevor die Zeit abrückt Ready, go Ready, go Go Wo mussten wir jetzt lang Wo mussten wir jetzt lang? Mach ich nochmal Das mach ich nochmal, hallo Ich muss jetzt bloß ich wo lang Komm Komm Ja, ich will nun Ja, ich will nun Krieg mal Krieg mal irgendwelchen Points hier So, muss ich hier machen Ah, hier gibt's wohl einen Rot Da hinten Muss ich auch irgendwas machen? Warte mal, fahren wir mal Okay Okay Mach ich doch Ich hab noch drauf geschossen Ja, ich hab's halt drauf So, hier, das kann ich doch ablesen Ach, da war ja noch drin Da sind sie auch verstecken sich auch Das sind Früchte zum Essen, oder? So, gibt's noch was, was ich alle Oh, hier ist ein Hut Hutstand Hutwagen entdeckt Drehflügler Drehflügler Wo denn? Destroy all the targets to progress There are three difficulty levels Ja, wo stopp ich? Achso So, jetzt kommt nächste Stufe, oder? See that over there? Das war's Worte ich aber erst, bis ich aufgeladen bin Oh, jetzt Komm Wofür Drehf Yo. Also Bogen habe ich drauf, so wie es aussieht. So. Was hast du denn schönes da an Masten jetzt? Die wir noch nicht haben. Drehflügler? Oh, Husus Maske. Die Eul-Maske oder so? Das kostet natürlich 500. Aber wir haben ja noch. So, noch was, was ich jetzt machen muss? Oder habe ich alles erledigt? Dann kann ich nämlich... Ne, das war das mit den Sielen. Ja, ja. Dann muss ich nämlich hier lang. Zu Taro's Angst. Noch eine? Okay. Ach, kann ich die forschen? Oh. Okay. Kann ich die auch aufzerstören? Schade. Ist da noch einer? Ja, wo ist noch einer? Wo ist der da hinten? So. Noch einer? Ja, da hinten kommt noch einer. Na komm hervor, komm. So, macht's Ende ja. Ah, ich muss ihm ein Pfeil machen. Okay. Hier, 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 hier. Hier muss ich die Maske... Oder was muss ich hier machen? Was hat das zu bedeuten? Ach, nee. Ah, hier. Hier, da. So. Oh. Machen wir dieses Blumen... Blumen-Blumen-Blumen-Schrein. Wieder nochmal, so. Aber warum steht der nur noch eins da? Ich hab doch mindestens schon drei gemacht, oder? Hm. Ist doch Blumen-Schrein, oder was soll das sonst sein? So, wir kommen jetzt hier rüber. Jetzt geht's hier lang. Ah, cool, da kannst du dich rüberziehen. Meditationsplatz entdeckt. Ruh dich hier aus und geh in dich, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu erhöhen. Ah, ein Upgrade. Ein Gesundheits-Upgrade. Geil. Ah, sehr schön. Geht das jetzt von alleine, oder muss ich Kreis drücken? Cool. Das kann ich nur einmal machen. Das erhöht mich jetzt nicht ständig, oder? Das wäre ja Quatsch. Ach, nee. Jetzt kann man sich einfach nur... Wahrscheinlich kann man sich hier heilen, oder? Nee, heilen. Das wäre auch Quatsch, weil die heilt sich ja alleine. Nee, das kann man nur einmal machen. Jetzt muss ich mich hier rüberziehen. So. So. Ein Warp-Stein? Das Bedirbnis ist dort mächtig. Ja, ich basch auf.